Moderne Probleme Manchmal denke ich an die Bitcoins, die Verlorenen, die Verschollenen, die leise fluchende Bitterkeit, der Passwort-Loser vor verschlossenen Wallets, in denen mal Pizzen parat, jetzt Paläste, das persönliche Unvermögen, wie die Groschen in den Schlitzfächern der Welt einsamster Einkaufswägen, an ein Norwegen aus Luft, ein Argentinien, und denk daran, welcher Schatz uns abhandengekommen, den kein Detektiv, keine Agentinnen mehr finden, und welcher Spatz in der Hand. Graf von Zeppelin Glück ab, hier erforderlicher Co-Pilot, Im Walfisch ohne Schwerkraft, wo Traum mit Technik kopuliert, im Wahnwitz zu beherrschen, was Kranich vorbehalten, Wolken, Bergen, heißt mal retten, mal gefahren haben, den Zeppelin zur Walküre auf Fortschritts-Montgolfjaden, ein Wettschein auf Goldschlägerhaut, wie Kaschmir fein die Grenze Hunger, nach Triumph hier Unglück dargebaut, aus Leichtmetall und Risiko im Hangar, in dünner Hülle die Verlockung, die wieder besseres Wissen ruft, ahnen unser eigenes Lakehurst und starren trotzdem in die Luft. Fifty-seven Varieties Dieses Gefühl kommt in siebenundfünfzig Varianten, angeblich schmecken sie alle nach Zucker und Wehmut, kommt meist entweder gar nicht oder flutartig im Overlook-Hotel aus dem Lift, aus dem Flaschenhals ungeduldig klopft das viskose Herz auf den Glasboden, dieses Gefühl ist im richtigen Farbton mit Blut zu verwechseln, doch dieses Gefühl ist meist industriell produziert, wurde eigentlich in China erfunden, angeblich, dieses Gefühl kommt am Imbiss-Stehtisch in viel zu kleinen Probetütchen, dieses Gefühl gilt nur schwere Kostbanausen, angeblich, doch können Pappschalen des Poems, diese akademischen Pommes, einen Klecks davon brauchen. Vielen Dank für's Zuschauen.